Ich hab nichts gegen deine Freunde, ich mag sie. Aber vieles hat sich für uns einfach geändert. Ich muss Charles bei seinem Film helfen. Du kannst gerne deine Zeit mit Kindern verbringen, die nicht mit Kameras und Monsterschminke rumlaufen. Könntest du die Augen schließen, bitte? Ja. Und...Action! Leute, pass auf! Ein Güterzug ist ein Gleist. Uns fehlt jegliche Information über die Fracht. Wir dürfen das keinem erzählen. Ich weiß. Sie haben Bedenken wegen unserer Fracht? Colonel, gibt es vielleicht was, das ich darüber wissen sollte? Ich versichere Ihnen, die Antwort ist nein. Wir kriegen Anrufe von Leuten, denen Hunde aus dieser Gegend zugelaufen sind, aber die Anrufe stammen nicht von hier. Lucy! Als wären sie einfach alle weggerannt. Ich hab Sachbeschädigung, ich hab Diebstahl. Und ich hab jetzt neun vermisste Personen. Hier gehen Dinge vor sich, die ich nicht erklären kann. Wir müssen dieses Ding finden. Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Lauf! Ich hab's gesehen. Keiner glaubt mir. Ich glaube Ihnen. Was läuft hier? Was läuft hier?